Morgen Andacht von Rainer Tirtler, FSA 1, Tag 15 Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen Betrachten wir weiter, wie dies zu unserer Praxis, zu unserer Erfahrung im Alltag wird. Ich habe dir gestern gesagt, dass wir richtig glauben müssen. Nicht nur glauben. Jeder glaubt. Aber glauben wir auch richtig? Das ist die Frage. Folgendes habe ich beschlossen. Immer, wenn die Bibel etwas ganz klar sagt und es nicht meiner Erfahrung entspricht, dann muss sich meine Erfahrung ändern. Ich kann die Autorität dessen, was durch Jesus Christus geschehen ist, nicht in Frage stellen. Denke daran, wenn du sagst, ich glaube ja wirklich, dass ich mit jedem geistlichen Segen gesegnet bin, aber ich sehe es nicht, zeigst du bereits mit deinen Worten, dass du nicht daran glaubst. Der Glaube ist der Beweis für Dinge, die du nicht siehst. Ich erkläre dir, wie Glaube funktioniert. Bevor du die Segnungen in deinem natürlichen Leben hier auf der Erde erlebst, musst du sie zuerst in deinem Herzen erfahren. Weißt du warum? Weil der Glaube aus dem Herzen kommt. Wir müssen also zu wahrem Herzensglauben kommen, der natürlich zuerst mit der Entscheidung beginnt zu glauben, dass Gott die absolute Wahrheit ist. In Jesus Christus sind dir die Segnungen geschenkt worden. Das ist die Wahrheit. Da gibt es nichts zu diskutieren. Weißt du, wie lange es dauert, bis sich all diese Segnungen, die dir gehören, in deinem Leben manifestieren? Es dauert genau so lange, wie du brauchst, um es in deinem Herzen wirklich zu glauben. Als ich diesen Vers zum ersten Mal sah und die Entscheidung traf, dass dies die Wahrheit ist und ich nichts anderes als die Wahrheit akzeptieren werde, veränderte sich auf Anhieb nichts in meinem Leben. Denn ich dachte, dass ich glaubte, aber ich merkte, dass ich nicht glaubte. Also musste ich mein eigenes, ungläubiges Herz konfrontieren. Ich glaubte für viele Dinge und sah viele Wunder, aber um diese Wahrheit wirklich in meinem Herzen zu glauben, war eine Reise nötig. Es war eine Reise, weil alles, was ich in meinem Leben gelehrt worden war, anders war. Es war eine Reise, weil meine christlichen Freunde mich entmutigt haben und dachten, dass ich jetzt zu extrem geworden sei und ich musste standhaft bleiben. Ich war so entschlossen, dies zu erleben, dass ich viele Monate lang kaum über etwas anderes als über diese Wahrheit sprach. Wo immer ich predigen ging, predigte ich darüber. Jeden Morgen, wenn ich mit Jesus zusammen war, sagte ich immer wieder, ich bin gesegnet. Das ist die Wahrheit, ich erwarte heute nichts anderes. Ich musste mich durch die Hindernisse in meinem eigenen Herzen kämpfen. Ich sage dir, es lohnt sich so sehr. Denn es hat dazu geführt, dass ich das, was ich heute tue, niemals tun könnte, wenn das nicht Realität wäre. Weißt du, was mich aber auf dieser ganzen Reise traurig gemacht hat? Ich habe mein Bedauern losgelassen, weil es keinen Sinn hat, daran festzuhalten. Am Anfang hat es mich jedoch wirklich traurig gemacht. Ich dachte, ich hätte dieses Leben schon vor Jahrzehnten haben können. Doch ich habe nicht daran geglaubt. Daher habe ich beschlossen, dass ich kein Leben führen will, indem ich nicht alles ergreife, was der Himmel für mich bereithält. Wenn das in deinem Herzen Wirklichkeit werden soll, musst du diese Entscheidung treffen. Hab keine Angst vor dieser Reise zum echten Herzensglauben. Versuche nicht herauszufinden, wie lange du dafür brauchen wirst. Das ist nicht wirklich wichtig. Unsere Herzen sind durch Religion zu verkorkst. Deshalb können sie manche Dinge leichter ergreifen als andere. Triff folgende Entscheidung. Das sagt die Bibel, das gehört mir. Ich gebe nicht auf, bis ich es habe. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, wirst du sehen, wie es zu deiner Erfahrung wird, sobald dein Herz wirklich daran glaubt. Weißt du, was das Schöne daran ist? Wenn das zu einem Lebensstil geworden ist, dann geht dein ganzes Leben in eine Richtung, die dem Vater gefällt. Stell dir vor, du hast Kinder und gibst deinen Kindern das ganze Erbe, dann zweifeln sie, nehmen es nicht an und genießen es nicht. Das muss jedem Vater wehtun. Und es muss unserem Vater im Himmel wehtun, wenn wir bewusst oder unbewusst die Entscheidung treffen, nicht jeden einzelnen geistlichen Segen zu ergreifen, der uns gehört. Das tut ihm weh. Hören wir auf, unserem Vater wehzutun. Höre auf zu bitten. Sage von morgens bis abends Danke. Fange an, dich in deinem Herzen als gesegnet zu sehen, weil du in Jesus eingewickelt bist. Und dann genieße das Leben. Denk daran, du hörst mich morgen wieder.